Die Geschwindigkeitsanzeige nicht, wenn ich nicht Jumpmaster bin, interessant. Die hat irgendwie 70 angefangen, aber ich glaube nicht, dass wir am Anfang nur 70 schnell waren tatsächlich, das hat sich nicht so angefühlt. Hat sich nicht so angefühlt. Da war jemand, der auf dem Boden rumgeleckt hat. So, dann müssen wir aber irgendwelche runter und ein bisschen looten. Oh, der kriegt sogar. Bin ich dagegen. Der hat nix, der ist glaube ich gelandet und hat komplett geleckt, der hat sich keinen Meter bewegt. Wäre mein Tipp. Aber Free Kill sind Free Kill. Ähm, wir teilen uns gerade übelst auf und ich habe hier Gegner. Ja. Ja, komme. Er war meint. Er war meint. Alle tot. Nockdown Shields, Siren, Sharkstar. Ja. Der war nicht instant tot, oder? Hm? Der war nicht instant tot. Ne, den habe ich gefinisht. Okay, da muss hier nochmal eine sein. Da. Guck guck. Ich habe einfach nichts mehr getroffen. Ist ja nicht so schlimm. Wir waren ja dann instant down, weil ich hinter ihm stand. Noch Arx da. Boah. Ich glaube mir das Mad Cat hier. Schweinerei. Ah, hier ist übrigens eine Lebensdrohne, wenn du dich kurz noch hochheilen willst. So, haben wir doch schon mal drei Kills in dem Squad. Ist doch nice. Hinten hier. Achso. Weg damit. Hm. Ich brüche noch Heavy-Armo tatsächlich. Heavy. Heavy-Armo hier. Ah, da drüben. Ich dachte gerade du wärst der, wer bei mir ist. Dankeschön. Kann ich meine Flatliner noch nachladen, wenn ich der mal geschossen habe. Sind noch ein bisschen Shotgun-Armo? Äh, die hab ich gerade weggeworfen irgendwo hier drinnen in dem Haus, glaube ich. So, hier ist ein Backpack. Da ist noch welche. Oh ja, wie immer. Oh ja, wie immer. Und jetzt hab ich denn jetzt eigentlich hier. Die R309. Die R309 finde ich besser. Die schießen nicht ganz so übel schnell. Oh, wieder voll. Oh, wieder voll. Fuck. Oh, Shotgun-Bolt. Weißt du den noch nicht hast. Ich hab schon eine Violette. Ah, das ist die Mosambik, ey. Ich verwechsel die Mosambik hatte ich mit der Wingman regelmäßig. Hier ist noch Shotgun-Armo, falls du noch mehr willst. Mhm. Unsere Gatling-Pie ist oben am rumlaufen. Oh. Fuck. Hier fliegt mir eins raus, vorn. So. Oh, nice. Kampf-One-Drop. Hier ist sogar die Sniper-Optik daneben. Hier, ne? Ja. Kannst du die ganze Heavy-Emmo haben? Äh. Da hab ich nicht Platz hier dafür. Hast du Leit-Emmo? Leicht-Emmo? Leicht-Emmo? Leicht-Emmo hab ich grad hier hingelegt. Kannst du gern nochmal haben, hab ich grad 80 rausgeschmissen. Ja. Hier ist nochmal Leit-Emmo. Für Schritte. Boah, das ist ja voll das... Goop. Selber down. Okay, ich geh zum Typen hoch. Weil ich seh' sonst die Gegner nicht. Hat er schon alle? Ne. Nur hat er gefinisht. Ich bin auf dem Weg. Ja, ja. Ich war nur unfähig beim Zielen. Nicht schlecht, Shooter. Hat irgendwas Gutes. Eine Axt da. Hm. Droppen wir die... Prowler-Receiver. Warte mal, hat er nicht schon mal einen Prowler? Hat er sogar einen Prowler. Dann nehmen wir das doch mit hier. Jetzt hab ich einen Autofire-Prowler. Jetzt haben wir den Badeschild. L2. Ja, da hinten sind schon wieder Gegner. Badeschild nehme ich mir immer noch mit. Standard Stock. Auf dem Dach. Bei mir. Dach? Bei dir? Uh. Das wird aber hart da hoch zu kommen. Du bist grad alleine. Heiß down. Bin auf dem Weg, aber wo ist denn... Es war nur einer auf dem Dach. Sicher? Hat du hast ihn gefinisht jetzt? Ja. Mal gucken wie ich hier hochkomme. Fuck. In Movement Gruppe. Ja. Zwei bis... Wow. Ich würde hier runter gehen. Ja, ich brauche auch noch den anderen Scope. Dann kann ich die Bisse snipen. Ja, Alter. Ich habe halt nichts auf die Entfernung tatsächlich gerade. Ich habe den Pro-Lowler-R301. Aber vielleicht nicht die... Ich schau jetzt schau. Ich habe nichts zum snipen. Tatsächlich da. Ich bin auch eingestellt auf Nahkampf. Boah, der Typ hat einen Sniper. Das ist das Problem. Ja, der hat die Longbow. Und da kommt eine Granate geflogen. Ich gehe in Finishing. Alles da? Nice. Moment mal, hier ist noch einer. Fisten. Ah, Alter. Ja, ist er. Ja, in dem Haus. Er rennt weg. Down. Aber da fehlt noch einer. Wir sind alle down. Ah, der war instant down? Ja. Waren das die Sniper, die jetzt hier herangekommen sind oder was? Ja. Oh, nice. Der hat es mir doch gefallen. Fünf Kills. Geht gut voran. Ja, das ist mir gerne gefallen. Hallo? Ach so, ich muss das mal. Ha! Da wollte ich was machen, was total sinnlos gewesen wäre. Ups. Das wollte ich nicht. Oh. Das ist natürlich nett. Helmet hier. Level 1. So, jetzt aktivieren wir den Ulti Accelerant. Genau. Ich gehe oben noch den anderen Scope holen. Warte. Ach so, ja. Stimmt, du wolltest das Scope noch haben. Ich meine, 4- bis 8-fach ist ein bisschen zu weit. Verklust, Mensch. Vor allem das 4 war eigentlich ganz okay. Wow. Hast du geschossen? Nee, weil unser Get&P. Ich finde besser 2- bis 4-fach. Ja. Noch Supply bin ich da noch mitnehmen würde, solange ich hier gerade wieder ruhig ist. Oh, nice. Hier ist noch ein Backpack. Ich hab's schon blaues. Ich hab's mal angepingt, was so nützlich sein könnte, was ich denke, was man gebrauchen kann. So, hier ist jemand gestorben. Ja, dann hab ich gesniped. Also. Ja, jetzt noch nen Ultimate Beschleuniger. Nimm dir noch. Äh, moich. Die Schild-Sachen brauche ich, die da drin sind. Please don't klau die mir. Meine Shield-Cells. Ich hab' übrigens, äh, so ne Thread-Dingens, so ein Thread. Ist hier. Auf meine Prowler jetzt. Let's go this way. Damit unsere Random auch weiß, wo wir hinwollen. So, ich hab' ich grad wenig für ne größere Entfernung. Hier ist gedootet. Hier sind sie durchgelaufen. Ich hab' nun irgendwie durch die Ecke vergessen. Oh, hier ist ne Wingman. Jetzt noch nen Scope, zwei- bis vierfach rein gebracht. Ja, ja. Die sind alles Heavy-Sachen. Ich will tatsächlich keine Heavy-Sachen. Ich höre Schüsse. Wollen wir zu den Schüssen? Ja, können wir gerne machen. Mit mir ist, können wir schon Party machen gehen. Ich hab' halt nur keine... Hinter uns halt auch, ne. Ich hab' nur keine Range-Waffe. Also ich hab' wieder Prowler und 301. Irgendwie müssten dort sein. Wir sind alle inside der Ring. Gut. Gehen wir zuerst die hinter uns. Weil die sind mehr in der Zone. Okay. Let's explore this way. Wenn ich sie sehe. Ich hab' nicht nur 18 Schuss im Magazin. Das ist ja über wenig. Was für einmal brauchst du? Nee, ich hab' noch Reserve-Armor. Das Magazin ist nur 18 Schuss groß. Aber ich glaube, die hinter uns waren eher in der Richtung. Ja. Und nicht, wo wir jetzt hinlaufen. Aber ich glaube, wir haben da gar nicht gelootet, ne? Mhm. Aber das Problem ist... Hier ist noch Axta. Ich möchte nicht gekornert werden von den... So, den Turbo-Charger dich schon angepinkt. Nee, warum meint? Das hätte ich nicht gern noch. Na, guck mal. Wir haben meine Ulti ab, sehe ich gerade. Komm, der Drop. Oh, ich Gott. Ja, doch gerade bin ich doof. Achso, ne. Ich hab's schon. Beschleunigung. Oh, sechs- bis zwölffach. What the fuck? Das ist aber mit Thread. Also, das ist... Du kannst auch durch Rauch gucken und sowas damit. Kriegst ne rote Markierung auf den Gegner. Wow. Wieip! Ja, hier was. Oh, die Spitfire? Ich mag die Spitfire ja schon ziemlich. Ich geh jetzt da hin. So. Indirekt hinter dir. Wo sind so random hin? Also, der ist direkt bei uns. Die hören uns aber wahrscheinlich schon. Der ist dauernd. Da ist aber ein bisschen potato, oder? Mein Gott. Der war so klausend. Ich treffe einfach nix. Wo? Wo ich's markiert hab. On. Instant? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Nicht kill leader. Wow. Rechtax. Moment. Wo ist der hin? Der ist Houdini. Der ist ja wirklich Houdini. Der ist wahrscheinlich hier hoch. Fuck. Der ist ja purer Houdini. Da vorne. Ich war noch am Looten. Oh oh. Super. Scheiß da voll rein. Hab die ihn. Jo. Nice. Ich würd sogar das Goldige nehmen. Mega. Hättest du auch nehmen können. Ne ne. Ich bleib bei lila. Hast du was zum Vollschild machen? Äh. Ich hab ein großes Schild und ich hab vorher nix. Bin grad dabei das Schild aufzuladen. Moment. Wir sollten gleich erstmal in die Zone rein. Ich wollte nur noch kurz Schildzellen mitnehmen. Ich hab jetzt einen goldenen Helm und einen goldenen Ding ans Bombenz. Ich hab beides lila. New kill leader. Oh. Sie kommen hier durch. Ich hab hier jemand gesehen. Da. Einmal ist da. Unser Gatling P wird geschossen dort. eine down noch eine nice you killed the champions jetzt habe ich noch ein fast hier weg jetzt noch ein phoenix wenn du platz hast ich habe keinen platz mehr kann ich phoenix decken dann habe ich noch einen platz ich habe noch platz ich glaube das phoenix hat er schon geklaut oder wo hast du das hingeschmissen das ist in dem violetten drin also das ist nicht okay dann hat er geklaut es waren den lidern drin also ja doch lila vollkommen ich habe übrigens wieder eine ulti ab keine ahnung was meine pinks hat gemacht haben gibt mir was goldenes kann ich nicht gebrauchen schade drei squads left oh lol das ist in dem dome lol wir haben dome gefaltet hier jetzt mal hier high ground oh been dabei die einen sind hier oben ja uff das wird aber hart dann haben wir aber hier keinen guten ground wo wir jetzt sind die haben mich gesehen hinter dir habe einen einmal gehett schottet der ist da ganz da gefinished ich frage jetzt wo der rest von dem dort ist hier ist noch einer okay lass nach unten wir haben aber sind nur eine zone ne aktuell ich hab ihn leistern instant ja ist nur noch ein squad ok dann sind wir da oben ja soll ich pushen mit dem portal ne ich würde mal gucken wo die zone oh lol hängen geht aber ja bei ihnen da haben die einen lag und warte mal ich muss mal kurz hier erstmal dick mein schild aufladen dann können wir pushen von mir aus ja wir müssen uns gleich erstmal aufklagen ok warte ich gar ich muss es wohl eh erstmal aufstellen thank you geht durch geht durch und dann in der mitte rauf pushen bin dabei bin dabei bin dabei wow ich werde schon angeschossen hab den einmal geht der muss hielen wie kann die hier hoch die kann sie in der mitte hochrennen hier ok geh rauf schnell schnell hä du kannst einfach eine lange leertasse gedrückt haben kannst du hochrennen ja aber ich komm nicht rauf warte krass einer down das geht nicht wird gemacht wir sind runter gesprungen zu euch können so sein oben ist zumindest niemand mehr gewesen dann muss nur noch eine übrig sein ganz oben also wir sind hier ganz oben hier ist niemand mehr das habe ich jeden fall unter uns da unten direkt unter dir unter dem tippen hier hast du noch ein paar args neun kills wir beide gg 20 kissen drittel des ganzen games ich bin nur 60 leute mit unser typ einfach so 599 damage und wir so beide 1000 ja gut das lieber auch eine kommunikation wir können besser kommunizieren wie die leute sind nein erstes gehen let's go erstmal noch ein package öffnen nach so einem game ist wichtig es ist wirklich wichtig ja ist das denn ich glaube das schicker ist den ich bis jetzt hab warum kriege ich denn die ganze zeit skins für einen helden den ich nicht hab das ist doch scheiße